Also manchmal habe ich echt das Gefühl, der will die Welt brennen sehen. Es ist natürlich jetzt die letzte Gentleman's Night. Beim Prince geht es da eigentlich um Liebe. Und jetzt ist es Taktik. Hi, mein Name ist Nico. Willkommen zu diesem Video. Willkommen zu Charming Voice 2023, Folge 6. Heute, heute haben wir einen freiwilligen Ausstieg, mit dem ich nicht gerechnet hätte. Und viel Streitdrama. Es wird heute sehr viel rumgezickt. Es werden Fronten gekehrt, aber wir auch nicht. Und wir machen Riesenschritte zum Finale. Denn heute ist die letzte Gentleman's Night. Sprich, heute ist der letzte Abend, bei dem sie sich Couples finden können, bevor es in die Spiele geht. Ich weiß nicht, was die Spiele sind. Reden wir hier von den Olympischen Spielen? Reden wir hier von den Festspielen auf einem Dorf? Ich weiß es nicht. Ich habe es noch nie gemacht. Ihr ja logischerweise auch nicht. Aber heute ist auf jeden Fall die finale Entscheidung, wer als Couple in diese Spiele geht. Das ist so vieles mehr heute. Ich habe nur einen Konkord für euch, mit dem ihr vielleicht nicht sparen könnt, bei der Plus. Auf jeden Fall dranbleiben, lohnt sich. Und ansonsten, lasst auf jeden Fall gerne ein Abo da. Schreibt mal in die Kommentare rein, wie ihr die Folge so pandelt, wenn ihr sie schon gesehen habt. Und ich würde sagen, wir starten rein in die Folge. Let's go. Da ist jemand Neues. Nein. Was? Was? Oh mein Gott. Nein. Kino. Habt ihr Bock auf Spritzen und Partys? Was war denn mit der Absprache, die in Köln getroffen worden ist? Moritz, sag, was dein Anliegen ist. Dass du einfach ein falsches Spiel spielst. Also manchmal habe ich echt das Gefühl, der will die Welt brennen sehen. Für all die, die es nicht mehr wissen, weil es ja auch so unoffensichtlich ist. Hier nochmal kurz, wer jetzt hier gerade ein Couple ist. Rudi und Sebastian sind ein Paar. Gefunden haben sich auch Lukas und Aaron. Ganz wild aufeinander sind Philipp und Nick. Leon und Jan-Maik würde ohneinander etwas fehlen. Bei Martin und Kevin Schwesternschaft statt Liebe. Und noch auf der Suche sind Basti, Vladi und Maurice. Ja, neuer Tag, neues Glück. Das Maurice-Aaron-Drama ist zurück. Morgen. Wir steigen da, wo wir aufgehört haben. Sprich, gestern war das ganze Maurice-Aaron-Drama mit Lukas. Dass sich Aaron hat von Sebastian in den Mund spucken lassen. Maurice hat es gar nicht gut gefallen. Und hat aufgrund von Gerechtigkeit, sagt er zumindest so, eingegriffen. Und das war ein riesengroßes Drama. Hier steigen wir ein. Natürlich ist die Situation, glaube ich, noch ein bisschen angespannt. Ich bin gespannt, was mich heute erwartet. Das Gespräch mit Aaron steht noch aus. Ich werde ihn erstmal sprechen lassen. Und dann aber auch mit allem konfrontieren, was im Vorfeld in Köln vorgefallen oder abgesprochen worden ist. Es ist sehr hitzig. Auf jeden Fall. Könnte brenzlig werden. Maurice möchte Aaron auf das Köln-Drama und die Köln-Vereinbarung noch ein bisschen ansprechen. Flegst du oder fliegst du noch weg? Du kleine Hexe. Bevor das soweit ist, sehen wir nochmal kurz eine süße kleine Aaron-Lukas-Szene. Also deren Bandscheid immer stärker zu werden. Scheinbar haben sie auch das von gestern überwunden. Oder zumindest beiseite geschoben. Ich weiß nicht so recht. Ich glaube, Lukas ist schon auch ein Mensch, der sehr viel nachdenkt. Entsprechend weiß ich nicht so ganz, ob er es jetzt irgendwie so verziehen hat, ob er es eingesehen hat. Ich weiß es nicht. Aber zumindest für den Moment wirkt es sehr friedlich. Hier ständig irgendwelchen Hürden und Problemen ausgesetzt. Aber what doesn't kill me makes me stronger. Und vielleicht auch das Band zwischen Lukas und mir. Sebastian und Rudi hatten scheinbar Spaß in der Charming-Suite. Geht's gut. Also ich bin froh, dass es raus ist. Halleluja. Ich weiß auch nicht. Die beiden sieht man immer nur so einen kleinen Moment. Sehr glücklich. Aber dann vergisst man sie irgendwie wieder, weil sie irgendwie gar nicht für die Show relevant sind. Wisst ihr, wie ich meine? Aber dann sieht man sie wieder, wie sie Spaß haben. Sie leben irgendwie so ihr Honeymoon-Life. Werden das ganze dreimal passiert. Und die leben so ihre eigene Story. Finde ich ein bisschen süß. Aber ich finde immer so, ah, euch gibt's ja auch noch. Und ihr habt schon mal Spaß in der Charming-Suite gehabt. Haben wir alles. Tschüss, bis bald, bis bald. Maurice geht so lange zu Philippe, unter anderem und Leon. Dann war halt diese Situation mit Aaron da. Also da ist ja auch was in der Luft. Und seitdem geht er mir aus dem Weg. Also, der war ja kein guten Morgen, kein gar nichts, nichts. Der läuft ja gefühlt weg. Und redet ein bisschen über das Aaron-Drama. Er schildert so ein bisschen seine Sicht. Und ich glaube, das ist immer dieses Gruppending. Man sucht sich ja doch irgendwie immer ein bisschen Zuspruch und versucht so seine kleinen, seine Scharen, um sich zu scharen. Wann sagt man das so? Ich glaube schon. Habt ihr auch geredet schon? Nein. Du hast da auch keine Lust drauf, ne? Ich weiß nicht, was es zu bereden gibt. Währenddessen ist eben auch Aaron und Basti zum Beispiel. Und hat auch ehrlich gesagt gar keine Lust auf dieses Maurice-Drama. Verstehe ich ein bisschen. Ich glaube, das ist für alle Seiten sehr unangenehm. Ich fand, das war das Kindischste, was mir seit langem wieder fuhr. Ja. Und aus dem Sitz er jetzt auch die ganze Zeit oben bei. Ich will jetzt auch nicht dahin gehen. Können wir nicht reden, weil so wichtig ist es mir auch nicht. Wenn er mit dem Reden bekommt, dann kommt das schon. Ich weiß nicht. Ich finde, Aaron-Sprüche sind immer lustig. Ich finde, Aaron sollte Comedian werden. Wirklich. Maurice' Appearance hier ist bislang einfach nur völlig albern. Es gibt einen Brief. Und Martin liest laut vor. Liebe Charming Boys, der heutige Tag steht ganz im Zeichen der Neuanfänge. Und damit der verbundenen Reinigung. Jan, Mike, Martin und Vladi. Es ist Zeit, euch von euren Sorgen freizuwaschen. Jan, Mike, Martin und Vladi können einem feuchtfröhlichen Spektakel beiwohnen. Was das ist, sehen wir gleich. Erinnerell ist auch schon die Luxuslimo vorgefahren. Mit einem Passagier an Bord. Mit offenbar prallvoll geladenen Tanks. It's Gino. Slime. Happy New Year, Bitches. Ich glaube, das ist persönlich mein schlimmstes Interview, was ich in meinem Leben geführt habe damals. Wir beide haben gar nicht gematcht. Das kann ich auch ganz klar so sagen. Das Interview war furchtbar. Entsprechend, ja, also Gino ist halt da. Und, ähm, ja. Professionelle Dragqueen, DJ, Reality-Star. Und ihr kennt mich wahrscheinlich schon aus Staffel 2 von Prince Charming. Queen down. Er hatte schon mal eine Nasen-OP. Und ich weiß gar nicht so recht, was er da alles gesagt hat. Also, ich bin ehrlich, ich habe dann kurz abgeschalten. Aber er hat irgendwas über Männer geredet, glaube ich. Du, Geschlechtsverkehr ist immer möglich, ne? So ein bisschen knutschen, so ein bisschen, so ein Handjob ist auch okay, ja? Aaron, wie findest du, dass Gino da ist? Pff, ich weiß nicht, was ich davon halten soll. In seiner Staffel wirkte er eher unsympathisch. Zum Date in Thailand ist heute, zumindest am Tag der Aufnahme, das neue Jahr, das wird das neue Jahr eingeleitet. Und es ist der Tag der Säuberung. Sprich, alle sind auf den Straßen und werfen mit Wasser um sich. Haben die nicht voll die Wasserknappheit da? Lula! Also, basically fallen sie einfach von der Insel rum und werfen mit Wasser um sich. Das ist das Date. Viel spannender als allerdings in der Villa. Denn hier gibt es jetzt die Aaron-Maurice-Aussprache, zumindest ein Teil davon. Aaron kommt mit gespitzter Zunge auf Maurice zu. Auf gut Deutsch und ganz lieb, Maurice fragen, ob sie mal nicht miteinander reden wollen. Das hat er nur in Aaron-Manier verpackt. Maurice Schlitz, wolltest du jetzt eigentlich heute noch reden? Du bist die ganze Zeit da schon so eine Eskorte umgeben. Du genießt ja jetzt Personenschutz. Zur Aussprache. Ich werde viel einblenden, weil ich finde, das ist so ein Drama. Das muss man sehen. Aber kurz zusammengefasst. Gut, Maurice, irgendwie spielst du dich hier gerade auf. In einer Situation, die dich auch irgendwie gerade überhaupt nichts angeht. Aaron findet es sehr albern alles. Irgendwie hattest du auf einmal eine starke Meinung zu allem. Obwohl es eigentlich eine Sache zwischen Basti, Martin, Lukas und mir war. Irgendwie wirkte das, sorry, so als hättest du gerade voll Bock auf Screentime. Und ich habe deine, also explizit deinen Anreiz, da jetzt so sauer zu werden, kann ich auch, je länger ich über die Situation nachdenke, nicht verstehen. Maurice will scheinbar Gerechtigkeit. Aaron glaubt ihnen das aber nicht so ganz. Im Gegenteil, Aaron findet das alles sehr gehässig. Wie du mich eigentlich auch in Köln kennengelernt hast, bin ich ein Freund von Gerechtigkeit. Und das fand ich ihm gegenüber halt einfach ungerecht. Wir wissen alle, dass Maurice nicht an Lukas Wohlbefinden interessiert ist. So zu tun, als sei er Lukas Anwalt, nachdem er mir auch ständig tagsüber so Sachen sagt wie, ja hier, geh doch zu deinem kleinen Toyboy und so. Und ist wirklich ein Paradoxon, das seinesgleichen sucht. Ganz schön viel Meinung für so wenig Background. Ich möchte das bitte als Shirt haben. Ich meine, was war denn mit der Absprache, die in Köln getroffen worden ist? Beherbsprache. Vielleicht brauchst du einfach mal zwei Minuten. Scheinbar konnte sich auch Aaron an diese Absprache in Köln nicht mehr ganz zu erinnern. Das ist ja so ein Ding, da war ich wirklich verwirrt, weil das klingt für mich alles nach einem riesengroßen Kommunikationsproblem. Maurice sagt Dinge, die Aaron nicht mehr ganz so genau weiß. Aaron sagt wiederum, dass das alles ganz anders passiert ist. Und dass das auch viel luftiger, lockerer formuliert war, als es irgendwie Maurice im Kopf hat. Ich habe niemals gesagt, ich kann nicht wissen, was passiert, wenn du kommst. Und das weißt du auch, dass ich dir das gesagt habe. Aaron, wenn ich mein Handy jetzt hier hätte. Was ist denn auch überhaupt dieses mit der Abmachung? Was soll das denn jetzt hier auch? Das führt doch zu nichts. Meine persönliche Meinung ist, dass sich da Maurice sehr viel mehr drauf eingebildet hat, als es letztendlich für Aaron der Fall war. Ich glaube, Maurice hat es viel einzugenommen als Aaron zum Beispiel. Oder einfach beide haben sich ganz falsch ausgedrückt. Ich weiß es nicht. Ich kann eine Abreise noch bei ihm gewesen sein. Wir haben Zeit zusammen verbracht. Es ist ein Kuss gefallen. Es gibt Nachrichten. Aaron, wen willst du verarschen? Maurice, sag, was dein Anliegen ist. Dass du einfach ein falsches Spiel spielst. Ich. Weil ich mich in jemanden verguckt habe. Ich finde, das ist eigentlich das Gegenteil. Falsches Spiel. Weil wenn ich dann gesagt hätte, oh, Maurice ist jetzt da. Mit dem hatte ich ein Gespräch in Köln. Tschüss, Lukas. Das wäre falsches Spiel. Und genau das habe ich nicht gemacht. Ich habe gesagt, pass mal auf, Maurice. Hier ist jemand eingezogen. Konnte ich auch nicht steuern. Ich kannte ihn nicht. Es ist toll zwischen uns beiden. Aber ich glaube auch, dass er noch viel mehr ist. Denn Aaron flüchtet super schnell aus dieser Konfrontation. Entweder, weil er wirklich darauf gar keinen Bock mehr hatte. Oder aber, weil es ihm super unangenehm war. Und er darüber nicht mehr reden möchte weiterhin. Meine persönliche Meinung ist, ich glaube, das noch mehr, als Aaron vor der Kamera preisgeben wollte. Aber ich glaube, es ist auch irgendwie ein bisschen egal. Es ist halt schon passiert. Da kann man jetzt noch zehn Folgen drauf rumreiten. Muss man aber nicht. Ich will dem weiter nachgehen. Aber gut, dann weiß ich ja Bescheid, was hier so die Energie ist, die du mitbringst und was du hier möchtest. Habe ich verstanden. Ist auch sehr erwachsen, wenn man dann einfach aufsteht und geht. Nee, ist das alles geklärt für mich. Es gibt irgendwie seit heute in dieser Folge zwei Gangs, zwei Reviere in dieser Villa. Einmal die Maurice-Philipp-Nick-Ecke und die Lukas-Aaron-Kevin-Ecke. Das sind auch ganz wilde Konstellationen, finde ich. Ich glaube, er ist auch ein bisschen abgefuckt. Der Nagy ist ja abgefuckt. Der ist in seinem Stolz verletzt. Und wir alle wissen, dass Maurice sich dann verhält wie ein Neunjähriger. Lukas, was sagst du dazu? Wie findest du das? Ja, ich war bei dem Gespräch nicht dabei. Ich kenne jetzt nur deine Seite. Aaron geht zu seiner Gruppe und redet darüber. Und Maurice geht zu seiner Gruppe und redet darüber. Kann doch nicht sein, dass die ganze... Dass die Menschheit auch so verstrahlt ist und auf solche Persönlichkeiten irgendwie abfährt. Hm, das stimmt. Also wo bleibt diese Menschlichkeit? Hm. Und die bringt ihr halt ins Haus. Es gibt da jetzt irgendwie auch keine Lösung, ehrlich gesagt. Sie gehen sich einfach auf den Weg und leben ihr Leben. Irgendwie. Das Thema ist durch, der Typ ist durch. Was ist denn eure Meinung? Kann man in die Kommentare schreiben. Ich glaube, die Wahl liegt irgendwo in der Mitte. Ich glaube durchaus, dass Maurice ein Mensch ist, der sehr schnell eingeschnappt ist. Oder sich zumindest sehr schnell betrogen fühlt. Und ich glaube auch, Aaron wiederum ist ein Mensch, so ein Lebemensch. Ich glaube, Aaron möchte einfach das Leben genießen. Und ganz klar, wenn dieses Lukas-Aaron-Thema wirklich echt ist und nicht nur ein Spiel ist, um zu gewinnen oder so, dann ist das ja schön. Wisst ihr, wie ich meine? Da muss man ja nicht irgendwie zu irgendwelchen Vereinbarungen draufkramen. Wenn Aaron scheinbar auch gesagt hat zu Maurice, wenn was passiert mit anderen Kandidatinnen in der Villa, dann ist das so. Dann ist diese Vereinbarung hinfällig. Wenn das wirklich so passiert ist, dann ist ja alles fein. Das große Problem daran ist allerdings, wir waren alle nicht dabei und sehen nur den Schnitt. Das ist doof. Ich habe meine eigene Meinung dazu und das ist einfach Fremdscharm für mich. Na ja, zum Gruppendate. Alle sind so ein bisschen am Strand und stoßen an, wie es eben immer so der Fall ist. Erstmal, Dankeschön. Danke, Jungs. Danke, Jungs. Und alle updaten Gino so ein bisschen über das Villa-Happening. Mal so, ich habe nichts anbrennen lassen. Und ja, generell, also es haben sich schon ein paar Couples gefunden, tatsächlich. Und ich würde sagen, jetzt ist eine echt schöne Stimmung. Da erfahren wir auch Ginos Motto für diese Staffel. Spaß, Chardonnay und Schwänze. Ich glaube, das ist allgemein auch Ginos Lebensmotto. Kann das sein? Das ist alles in der Villa vorbei. Sehr, sehr schön. Ich sehe auch in seinen Insta-Stories immer nur an seinem Balkon sitzen und über das Leben beklagen. Ich glaube, es ist zu viel Chardonnay und zu wenig Spaß. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Gino will auch mit Vladi auf ein Einzel-Lad gehen, weil er die anderen schon kennt. Das ist ja auch voll legitim. Das Date ist ein bisschen low, finde ich, weil sie hocken basically in der Hängematte und reden über das Gleiche, über was sie auch schon gerade eben geredet haben. Mit irgendjemandem rumgemacht. Was muss ich wissen? Bevor ich irgendwas mit dir anfeiert. Nein, natürlich nicht. Ich habe nur im Pool gesessen. Ich war ein ganz anständiger Junge. Ich habe gar nichts gemacht. Trotzdem glaube ich, dass es für Gino voll schwer ist, da reinzukommen in diese Villa. Ich glaube auch, sie haben ihn so spät reingeschickt, weil sie wussten, dass Gino da keinen finden wird so richtig und wollten ihn nur kurz als Spaßfaktor haben. Das ist zumindest meine persönliche Meinung. Und deswegen finde ich es auch voll realistisch, wenn er sagt, er möchte nur Spaß haben und das Geld gewinnen. Ich habe ja gesagt, umso, also ne, ich bin halt am Ende jetzt erst eingezogen. Aber ganz ehrlich, Leute, wer in Folge 6 reinkommt, sprich an Tag 10 oder so und alle schon richtig hart gebondet haben, dann ist das wirklich schwer, da auch romantischer, sexueller Ebene reinzukommen, oder? Also, seht das nur ich so? Ich weiß nicht. Deshalb ist für mich der Fokus auf, ich habe Spaß und möchte gewinnen, weil ich möchte die 10.000 Euro haben. Wie, ganz ehrlich? Der zählt, weißt du? Mir geht es einfach nur um den Spaß. Martin, wie schätzt du es hier für Gino so ein? Ich würde sagen, der wird ihn höchstens einmal lutschen und das war's. Was ich lustig finde, Vladi nennt auch gleich Gino Bitch im Slang. Überraschung. Bitch, du standst da mit den Super-Sokas. Super-Bitch zu mir gesagt. Das ist kein Problem, ich kann das handeln. Ich finde, da merkt man sofort, dass die beiden nur auf rein platonischer Ebene funktionieren, was man auch sofort merkt, finde ich. Wir gehen wieder zu den Boys zurück. Ich bin der Fokus nicht, der scheiß Hund. Okay? Also, entschuldige bitte. Und was jetzt kommt, ist krass. Gino hat einen goldenen Brief in der Hand und muss jetzt sofort entscheiden, wer von den drei, Jan-Maik, Vladi und Martin, sofort die Villa verlassen muss. Also, es war natürlich klar, dass irgendwie so eine Scheiße passiert. Scheiße, also damit hätte ich nicht gerechnet. Okay. Und er wählt Jan-Maik. Seien wir nicht böse. Bin ich nicht, auf jeden Fall nicht. Wir sehen uns in Zürich. Aus dem Gessen hab's mega genossen, auch die Reise. Bin dankbar, wie wir ihn hatten. Wir haben Jan-Maik sowieso nicht oft gesehen, entsprechend haben wir nicht wirklich eine Bindung aufbauen können. Komm her. Ja. Ich weiß nicht, ist das jetzt ein Verlust für die Show? Ich weiß es nicht. War schon traurig, dass Jan-Maik gehen muss. In der Villa macht Kevin eine kleine Madonna-Performance. Und was soll ich sagen? When you call my name, it's like a little bear down on my knees. Wenn's bei Charming nicht mehr klappt, geht's für Kevin zum ESC. Ich bin ehrlich. Hear your voice. Oh. It's like an angel's light. Nach dieser Performance kommt Gino mit einem riesengroßen Trommelwirbel in die Villa rein. Jan-Maik ist nicht mehr unter uns. Hä? Was? Ja. Schwester dazu gewonnen. Herzlich willkommen! Ja. Und die hat dafür gesorgt, dass Jan-Maik nicht mehr unter uns ist. Genau, sie ist schuld dran. Ja. Sind jetzt alle nicht so begeistert von Ginos Anwesenheit? Ich bin immer wieder überrascht. Ich glaube, das ist die verhaltenste Reaktion in Charming Boys bei einem Einzug jemals. Das war cool. Leon findet es auch gar nicht gut, dass Jan-Maik rausgeflogen ist und weint sogar. Das Date durfte Gino entscheiden, wer die Show verlässt. Komm mal her, komm mal her zu mir. Von uns. Leon, komm mal her zu mir. Und es war mein Maik. Weil Jan-Maik eben seine Bezugsperson war. Ich habe auch Leon gar nicht oft gesehen, nur ganz kurz beim Einzug und that's it. Und Gino kann das ganze Drama nicht so ganz nachvollziehen, so richtig. Wer denn? Jan-Maik und Leon. Ach so. Mein Gott. Hallo, wir sind gays. Wir finden an der nächsten Ecke auch wieder jemand, mit dem wir rummachen können. Also what's the fucking problem? Ich finde, das ist auch so schade, weil ich glaube, Gino ist voll dein lieber Mensch und voll, also sehr gefühlvoll. Aber ich finde immer diese Mobbing-Fun-Fassade ist mal ganz kurz ganz lustig. Aber dann irgendwann nervt es mich einfach nur noch, bin ich ehrlich. Aber erst mal zieht Leon aus. Das habe ich nicht, kommen Sie ihn ehrlich gesagt. Das ist in Ordnung, aber ich meine Prinzipien, deswegen ist auch de facto, ist hier niemand im Haus, der mich ansonsten auf irgendeine Art und Weise so berührt wie Jan-Maik. Und deswegen, ähm, tja. Es sieht aus, weil Jan-Maik nicht mehr da ist. Dann wiederum frage ich mich, was ihn da so lange gehalten hat. Denn man kann auch einfach Nummern austauschen mit Jan-Maik. Da muss man sich nicht fünf Tage lang in dieser Villa quälen. Aber hey, es gibt ja auch Aufwandsentschädigungen pro Tag in der Villa. Mach's gut, Leon. Gino möchte auf jeden Fall so ein bisschen auf und beschreibt so ein bisschen seine Gefühlslage zu den einzelnen Kandidaten. Boris ist auch so ein Fall, der, obwohl ich mich so frage, hast du überhaupt Spaß im Leben mal gehabt oder kennst du Spaß im Leben? Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, äh, also ich habe mir Aaron auch anders vorgestellt. Ja, ist das Mobbing? Ach so, okay, sorry. Sorry, 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 sorry. Aber schon mit den zwei Nippepiercings sind wir 1990, Britney Spears, Baby-Walmer-Time. Und wie alt ist der? 14? Schon, finde ich. Ich bin halt jemand, der am ersten Sekunden entscheidet, ob er jemanden mag oder interessant findet. Und das Problem ist, ich finde hier, glaube ich, gibt kein Zepp, niemanden interessant. Ja, ich weiß auch, dass es irgendwie sein Charakter ist, seine Identität. Das ist auch seine Rolle irgendwie. Ist halt nicht meine Rolle. Die alle sehr, mh. Cut hier mal an dieser Stelle. Also ich habe gedacht, es ist ein bisschen hier passiert, ein bisschen mehr. Während Martin und Gino gerade über Philipp reden, weil Philipp irgendwie der Einzige ist, den Gino so ein bisschen interessiert. Nick hat ziemlich einfach einen perfekten Körper. Liegt Philipp gerade Nick flach? In der Charming Suite. Da geht es um jemanden ab. Ja, es wird gelutscht, es wird geduscht, es wird gestöhnt. Ich möchte nochmal, ja, wieder andere Seiten an uns kennenlernen. Ja, die inneren Seiten. Ich finde das so süß, die beiden, man sieht, also die Szene war jetzt, würde ich nicht als süß beschreiben, sondern eher als hot, aber im Sinne von, ich finde die beiden zusammen voll süß irgendwie. Ich finde das so krass, wie es bei den beiden sofort geklickt hat, ne? Also Nick kam herein und die beiden haben sofort gebondet. Wir springen sofort zum nächsten Tag, gemerkt, die Folge ist nicht so hart vollkommen bestückt. Die Folge ist nicht so lang heute, aber es kann auch nicht jede Folge wie letzte Folge so krass dramatisch sein. Ich hätte nicht gedacht, dass ich hier reinkomme und Menschen wie Philipp kennenlerne. Hey, Rudi und Sebastian Kriesel ist langsam, denn Rudi hat gestern mit Maurice so eine Art Spiel gespielt vom Schlafengehen. Das fand Rudi gar nicht toll. Es ist alles sehr kindlich. Und das hat Sebastian sehr genervt. Das ist ein bisschen albern, finde ich, wie Rudi sich so hier und da benimmt. Es hat ihn so sehr genervt, dass sogar Sebastian mit Martin über Rudi reden möchte. Er findet das alles richtig anstrengend. Ich finde es richtig anstrengend. Richtig böse, dass ich das sage und ich muss das echt heute mal ein bisschen sacken lassen, aber gestern hat er mich so genervt. Es ist halt einfach anders. Man sitzt halt doch durchaus den ganzen Tag aufeinander für 14 Tage im besten Fall und lernt dann doch irgendwie alle Fassaden kennen, was ich nicht schlimm finde. Aber klar, aufatmen in dieser Villa ist manchmal sehr schwer. Zumal ja auch dieses Jahr der Fall ist, dass irgendwie super viele noch da sind und gar nicht rausfliegen aufgrund dieser Couple-Dynamik. Das war bei Prince Charming ja anders. Da war ja in Folge 6 schon gefühlt alle weg. Da gab es nur Momente, wo ich mir dachte, ey, ich sitze mal die Fresse. So schlimm? Ja. Na ja, Sebastian und Rudi zicken sich auch ein bisschen weiter an. Boah, hat es mich genervt. Wie so zwölfjährige Mädchen. Mit denen ich da gestern im... Ja, das ging ja noch die ganze Zeit weiter. Das war lustig. Ja, das war so witzig. Ist auch gut, dass wir nicht in allen Lebenssituationen übereinstimmen, Sebastian. Ich glaube aber auch Rudi und das Ganze ein bisschen entspannter. Vielleicht müssen die beiden mal kurz einfach getrennte Wege gehen und mal kurz aufatmen im Pool oder so. Ja, Rui. Ja, heute krisen es einfach sehr, Leute. Denn jetzt auch führen Lukas und Aaron auch so eine kleine Knicknack-Diskussion. Weil Aaron, würde ich sagen, im Vergleich zu Lukas durchaus sehr offen ist. Ich denke sich dadurch nicht. Dass man sein Gesicht verliert, ist ja nur eine vermeintliche Idee der Gesellschaft. Das ist der Slutshame. Irgendjemand, der viel Sex hat, verliert sein Gesicht. Für ihn ist das was Besonderes und er möchte auch das nicht mit jedem sofort teilen, sondern erst wenn es sich ergibt und auch matcht und co. Aber auch wiederum sagt dann, ja nee, was hat das mit dem Ruf zu tun? Das ist doch voll veraltete dieses System. Ich möchte Spaß haben beim Leben und fährle ich. Und den gehe ich dann nach. Ist das dann so? Ja. Ich trinke mit so vielen, wie ich will, ja. Nee, sowas feiere ich gar nicht. Ich habe da voll Abton auf sowas. Ich kann beide Seiten verstehen. Ich persönlich bin irgendwo so in der Mitte. Aber das ist so ein Punkt bei den beiden gerade, der ein bisschen kriselt. Mit so offen umgehen für mich verlieren die ihren Ruf. Warum tun Sie das? Weil ich doch niemanden haben möchte, der sich schon durch ganz Hamburg rumbringt. Da gibt es eine kleine Diskussion. Also geht es Sie um Angst vor Krankheiten? Auch. Und wenn ich sage Ja zum einen Ja, natürlich möchte ich meinen Ruf nicht verlieren. Aber ich habe auch nicht das Bedürfnis dazu. Das ist alles fein. Für mich sind das ja mehrere Punkte. So, und da du mich jetzt gerade anguckst, als hätte ich dir mit einer Bratpfanne von hinten auf den Kopf gehabt, fühle ich mich unverstanden. Aber es gibt auch keine Lösung, außer halt einen Kuss. Ich habe das Gefühl, die beiden klären alles immer mit einem Kuss. Stopp, wir küssen uns einfach und dann ist die Diskussion vorbei. Wir springen zur Happy Hour. Alle machen sich ready. Rudi findet Sebastians Outfit nicht ganz so hübsch. Ja oder nein? Ja oder nein? Ja. Sebastian rennt sofort zu Martin und updatet Martin über Rudi. Das passt also jetzt gerade auch schon wieder. Soll ich die Kette tragen oder nicht? Er so, nee, sieht scheiß aus. Das ist jetzt nicht schlimm. Oder er mag es nicht, als so hat er es gesagt. Und Lukas und Aaron updaten sich gegenseitig über sich selbst. Ist ja auch schön. Ja, mich hat das auch kurz beschäftigt, aber dann dachte ich so, ja ey, das ist normal. Also, dass man diskutiert und auch unterschiedliche Meinungen hat. Ich finde dich weiterhin toll. Wir sind direkt wieder versöhnt mit einem kleinen Kuss. Ist doch süß. Wir springen sofort zum goldenen Brief, der gerade in die Villa kommt. Es ist die letzte Gentleman's Night, wie gesagt. Liebe Charming Boys, es ist Zeit für die letzte Gentleman's Night. Krass. Also ganz ehrlich, heute wird natürlich entschieden, wer ein festes Couple ist und wer letztendlich in die Spiele darf. Vertieft eure Bindung oder orientiert euch noch einmal um, denn das Finale der Charming Boys rückt immer näher. Und alle sind ein bisschen verrückt, ich auch, weil ich check gar nicht, was abgeht. Was für Spiele, was für Spiele, Olympische Spiele. Ja, vorhin hat mir niemand was gesagt. Was ist denn das für Spiele jetzt? Darauf muss ich erstmal einen trinken. Auf jeden Fall ist heute der letzte Abend, an dem irgendwie schon mal Couples gewählt werden können. Ich denke mal, die gehen jetzt irgendwie alle so spielen um das Geld. I don't know. Scheint mit wem ich ins Rennen gehe. Maurice gibt ein kleines Interview ab, wie eben gewöhnlich. Und was super unangenehm ist, während Maurice redet, steht in der Bauchbinde Aaron. Und ich hätte vielleicht gerne nochmal eine Nacht der Krawatten ohne diesen Druck. Da hat jemand die Bauchbinden verwechselt, was jetzt halt super unangenehm ist. Bei den beiden auch noch, ne? Wir springen direkt zur Entscheidung. Philipp, Aaron, Sebastian, Maurice und Kevin dürfen wählen. Ich weiß es nicht. Philipp wählt Nick. Wer hätte es gedacht? Aaron wählt Lukas. Das war jetzt auch nicht so unoffensichtlich, ehrlich gesagt. Genau, ich wollte es sehen. Sebastian wählt Rudi. Das ist ja heute ja wieder... Maurice wählt Vladi. Willst du sie annehmen und bist du bereit? Ja, klar. Das habe ich nicht kaum sehen. Und Kevin findet es auch ganz komisch. Er muss zwischen Sebastian und Martin wählen. Die er beide sehr gern hat, mittlerweile wieder. Und er weiß jetzt, wenn er Martin wählt, muss Sebastian gehen. Wenn er Sebastian wählt, muss Martin gehen. Wenn er sehr ins Herz geschlossen habe. Basti, du hast vielleicht meinen Körper berührt. Aber Martin, du hast mein Herz berührt. Deswegen würde ich mich freuen, wenn du die Krawatte von mir annehmen würdest. Natürlich. Und Basti und Gino sind raus. Wundert mich bei Gino jetzt überhaupt nicht, ehrlich gesagt. Er wollte auch gar nicht da sein, so richtig. Ich habe mich so gefreut, euch kennenzulernen. Jeden, also ein paar weniger, aber die meisten ja. Und es war eine super Zeit. Ich glaube, Gino war schon so auch eingebaut in diese Show. Dass er wie in so einer Art Drehtür in so einem Kaufhaus einmal rumgeht, kurz Spaß macht und wieder geht. Ich habe auch Gino jetzt nicht so in dieser Konstellation gesehen, ehrlich gesagt. Und ich gönne jedem das, was er hier erreichen möchte. Und nächstes Mal wird wieder scheinbar fremdgezüngelt. Aaron kann es scheinbar nicht lassen. Es wird wieder fremdgezüngelt. So was fuckt mich voll an. Ich habe niemals die Gürtel, die nie verlassen. Passt meine Puppe nicht. Guck mir das vorm Rande an. Oh nein. Ich habe nur einen Kundenkauf für euch. Ich bin Nico50. Ich spare dir beim Kauf einer Seite Plus Abos 50%. Link in der Beschreibung mit allen Infos. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ihr die Folge so fandet. Lasst ein Abo da, denn hier geht es gut und fröhlich weiter. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao.